Schön, dass du wieder reinschaust auf mehr Wissen, mehr Profit. In diesem Video habe ich etwas ganz Spezielles für dich, nämlich das Ei des Kostolani. Falls du schon gewusst hast, was das ist, dann ist es natürlich nichts für dich. Falls du davon noch nichts gehört hast, dann solltest du unbedingt dranbleiben, denn das Ei des Kostolanis beschreibt die drei Phasen im Börsenhandel. Denn er sagt, um beurteilen zu können, ob ein Markt übergekauft ist oder überverkauft ist, muss man erstmal die Anatomie der Aufwärts- und Abwärtsbewegung verstehen. Denn wenn ich das weiß, weiß ich auch, wann ich in einen Markt einsteigen soll, wann ich wieder aussteigen soll, wann soll ich Barreserven haben, um zu kaufen. Selbstverständlich, wenn der Markt unten ist. Aber genau das werden wir ja in diesem Video besprechen. Welche drei Phasen geht es da? Das ist nämlich ganz einfach. Wir haben, er redet von drei Phasen. Wir haben die erste Phase, die Korrektur. Dann haben wir Begleitung oder Anpassung, sagt er dazu. Begleitung oder Anpassung. Und die dritte Phase ist die Übertreibung. Okay, Übertreibung. Und dann geht es hier wieder von vorne los. Genau das werde ich in diesem Video dir verdeutlichen. Dazu werde ich an meinen PC gehen, denn da habe ich nämlich eine schöne Folie vorbereitet. Weiter am PC. Freunde, heute ist ein ziemlich warmer Tag. Aber nichtsdestotrotz marschieren wir hier weiter. Hier siehst du jetzt eine Folie Eides Kostolani. Ich habe das alles so aufgebaut, wie in seinem Buch, das auch so abgebildet ist. Das Rad möchte ich ja nicht neu erfinden. Jetzt kommen wir mal zu diesem Diagramm oder wie soll man das nennen, zu dem Eides Kostolani, zum Schaubild. Nennen wir es doch mal Schaubild. Hier links siehst du die Legende eingezeichnet. Hier links Legende, also A1, A2, A3, was das alles bedeutet. B1, B2, B3. Keine Angst, wir werden das nach und nach durchgehen. Und dann unten, wann man kaufen soll, abwarten soll, verkaufen, Geld bereithalten soll. Ich werde das ganz klar mit einem Beispiel belegen, anhand des Corona-Crashes. Wir starten mit A1, kaufen. Also es geht wieder nach oben, ja, nachdem es ja bergabwärts ging. Und dazu hier ein kleiner Chart. Okay, hier ging es eine Weile nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Hier sieht man in dem Kreuzfaden hier, das ist 2020. Hier war der Corona-Crash, hier ging es dick nach unten. Und jetzt kaufen wir. Okay, Freunde, hier legen wir los und kaufen. Ja, bis zu diesem Peak. Und dann blenden wir nochmal das Ganze ein. Okay, also selbstverständlich, Corona-Crash, es gab es einen fetten Crash. Die Märkte waren unten, also kaufen wir ein. Da sind wir bei A1. Und jetzt steigt der Markt. Oder beziehungsweise, lass uns doch mal hier kurz erläutern. A1 heißt Phase der Korrektur. Es ist heftig nach unten gegangen bei dem Corona-Crash. Also muss jetzt mal die Korrektur eintreten. Kleiner Umsatz, Zahl der Aktienbesitzer gering. Natürlich, es ging einfach abwärts. Jeder hat Angst gehabt. Soll ich jetzt einsteigen oder noch ein bisschen warten? Fällt der Markt doch weiter? Und so weiter und so fort. Also gibt es sehr wenige Aktienbesitzer. Dann geht es natürlich, es wird immer mehr, immer mehr. Dann kommen wir irgendwann mal in A2 rein. Du siehst ja, diese linke Seite ist auf steigend der Kurse. Also wir sind irgendwann mal in A2. Drei-Phase der Begleitung oder auch Anpassung, sagt der Kostolani dazu. Ich habe jetzt hier Einfachheit halber, einfach die Bezeichnung Begleitung genommen. Umsatz und Zahl der Aktienbesitzer steigend. Warum steigen die? Natürlich, die Medien tun da und die Nachrichten tun das ja auch ein bisschen fördern, unterstützen. Und dann geht es wieder los. Der steigt ein, der steigt ein und so spricht sich das Ganze herum. Nennen wir das Mundpropaganda. Markt stabilisiert sich. Natürlich haben die Notenbanken, das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, die Fed oder auch die EZB. Die haben ja einiges dafür getan. Deshalb hat man ja das auch genannt. Ja, Free Money hat man das genannt. Das Geld wurde einfach rausgehauen und wenn Geld da ist und die Notenbanken könnten die Märkte beruhigen, dann stabilisiert sich das und eine Korrektur tritt ein. Das hat man jetzt hier zum Beispiel gesehen. Jetzt ist es wieder gestiegen, gestiegen, gestiegen. Die Leute merken, hey, das geht wieder voll nach oben. Ja, und du kannst es jetzt hier ein bisschen mitverfolgen. Dann will natürlich jeder mit dabei sein. Da gibt es ja dieses Wort FOMO, Fear of Missing Out, so nennt sich das. Ja, man will halt einfach nichts verpassen. Man will halt dabei sein. Und dann geht es los. Und dann kommen immer mehr Aktienbesitzer. Immer mehr Aktien werden gekauft. Und du weißt ja, alles läuft ja nach Angebot und Nachfrage. So ist es nun mal. Und dann sind wir ganz klein in der Phase A2. Immer mehr Aktienbesitzer gibt es. Umsatz und Zahl der Aktienbesitzer steigen. Dann geht es natürlich so weit, dass sich jeder damit beschäftigt. Schüler, egal wo, jeder quatscht nur noch über den Aktienhandel. Jeder möchte dabei sein. Da gab es auch noch diese Action mit Robin Hood, mit der Plattform und so weiter und so fort. Und ich habe dieses jüngste Ereignis genommen, weil ich gehe davon aus, dass sich an dieses jüngste Ereignis doch viele, viele Rechte erinnern können. Kostolani nimmt ein Beispiel von 87. Das ist lange zurück. Dann habe ich ja auch selbst noch nicht mal an der Börse gehandelt. Also habe ich mir gesagt, nehmen wir doch was Aktuelles. Und da ist ja natürlich der Corona Crash natürlich eine Vorbildfunktion, was dieses Eides Kostolani angeht. Okay, also das heißt, jeder, jeder redet davon, jeder steigt an, jeder öffnet ein Konto. Das kriegst du mit, wenn du in dieser Materie bist, bekommst du das definitiv mit, auch in deinem Umfeld. Man muss nur die Lausche öffnen. Das heißt, wir sind dann in A3, Phase der Übertreibung. Umsatz wird euphorisch. Zahl der Aktienbesitzer ist hoch, bei X am höchsten. Wir wissen, dass wir am Peak, bevor es wieder abwärts geht, ist ja ein Wunschdenken. Es gibt es natürlich von 1000 Leuten, trifft es einer. Wie beim Lotto, irgendeiner muss ja mal Millionär werden. Aber das ist utopisch, sich jetzt auf den Peak zuvorzubereiten. Wenn ich verkaufe am Peak, also am höchsten, dann steige ich aus, wenn der Markt wieder fällt. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Wie gesagt, immer ein blinder Hund trifft auch mal ein Korn, sagt man dazu. Es passiert natürlich von 1000 Fällen, schafft es mal einer oder von 10.000. Aber das ist jetzt nicht hier das Wichtigste. Okay, also es ist euphorisch. Jeder redet über das Zeug. Spätestens da sollte man aussteigen. Dazu nachher weiter machen wir in der Legende. Okay, also wir sind am Peak. Nehmen wir mal wieder dieses Beispiel. Okay, am Peak wäre jetzt hier irgendwo. Kann man natürlich nicht erwischen, aber hier war es nun mal so. Also Ende 2021. Und wie wir ja alle wissen, oder falls du es noch nicht gewusst hast, weißt du es jetzt. 2022 war ja ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Wir haben 2022, das war ganz einfach ein Bärenmarkt, ein Bären. Ja, ich war natürlich auch nicht glücklich, aber das ist nun mal so im Aktienhandel. Das heißt, 2022 war ein Bärenmarkt. Also hier hat man schon gesehen, man ist am Peak. Also wenn die Leute zu euphorisch sind, jeder öffnet ein Konto, jeder möchte dabei sein. Dann geht es Richtung B1. Nehmen wir dazu eine andere Farbe. Okay, B1. Dann geht es zu B1. Oh, warte. So. B1. Weiter geht es mit B1. Was sagt der? B1 ist die Phase der Korrektur. Okay, kleiner Umsatzzahl der Aktienbesitzer geht ja erst langsam zurück. Natürlich, wenn man schon am Peak ist, keiner kauft mehr Aktien. Ja, also es kommt auch kein Umsatz mehr zustande. Das ist mir wichtig, dass du das verstehst. Weil manchmal verwechselt man das. Warum ist da ein kleiner Umsatz? Naja, weil ja, die Zahl der Aktienbesitzer geht ja langsam zurück. Es gibt ja keinen mehr, der, der noch mehr bezahlt für die Aktie. Es gibt ja auch ein Sprichwort von Kostelani. Aber ich möchte das nicht erwähnen oder egal. Der hat ja gesagt, es muss ja sich immer ein Dummer finden, wo noch mehr bezahlt. Aber um Gottes Willen, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Ja, ich möchte da keinen angreifen. Also es hat sich gar nicht mehr gefunden, was noch bereit wäre, zum Beispiel für eine PayPal noch 400 Dollar zu bezahlen. Gab es halt einfach nicht. Also geht der Umsatz zurück und Zahl der Aktienbesitzer geht ja logischerweise dann auch zurück. Dann geht es in B2. Du siehst die rechte Seite fallend. B2 heißt Phase der Begleitung. Umsatz ist steigend. Zahl der Aktienbesitzer nimmt weiter ab. Okay, Umsatz ist steigend. Na logisch ist er steigend. Ganz einfach, warum ist der Umsatz steigend? Man natürlich, er nennt auch dazu Hartgesottene oder die Zittrigen. Die haben ja nur noch eins im Sinn. Verkaufen, 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 verkaufen. Also immer weniger Aktienbestände, immer weniger Aktienbesitzer, weil die ja alles raushauen und alles noch zu Geld machen, was sie noch zu Geld machen können. Dann geht es weiter in die Phase der Übertreibung. Das heißt, ganz große Umsatzzahl der Aktienbesitzer ist niedrig, am niedrigsten, weil da hat ja jeder schon verkauft. Auch Institutionelle und so weiter und so fort, weil die sind ja auch manchmal zittrig unterwegs. Nichtsdestotrotz, alles wird rausgehauen, alles wird zu Geld gemacht. Ja, was noch herauszuholen ist, holt man einfach noch heraus und irgendwann ist man am Tiefpunkt. Gehen wir mal zu unserem Chart hierüber. Das war das Jahr 2022. Alles wird natürlich rausgehauen. Umsatz wird natürlich, steigt ja logischerweise, weil es wird ja nichts mehr verkauft, es wird ja nichts mehr gekauft, aber es wird ja verkauft, was man noch holen kann, rausholen kann, holt man ja raus. Da wird ja immer noch Umsatz generiert, logischerweise. Und dann ist man wieder hier ganz unten, wann wieder die Korrektur eintreten wird, weiß natürlich niemand. Okay, was sagt er noch? Kaufen in der Phase A1 ist hier unten und B3 ist ja klar. Ja, also, wenn nichts mehr geht, wir wissen ja nicht, wo hier unten der Peak angelangt ist, also unten, ja, wissen wir ja nicht, es kann ja in diesem Bereich irgendwo liegen, irgendwann muss man halt mal kaufen. Hier sagt man, kaufen die Hartgesortenen, so tut er das in seinem Buch beschreiben. Und die Zittrigen kaufen schon, wenn der Markt euphorisch ist, jeder hört was und jeder möchte noch mit dabei sein. FOMO, ja, Fear of Missing Out, keiner möchte noch was verpassen. Und dann geht es abwärts und die Zittrigen haben dann diese Aktien im Depot und es fällt weiter runter. Und dann wird ja irgendwann mal verkauft, leider mit einem dicken Verlust. So, also, kaufen in der Phase A1 und B3, logisch, abwarten und Papiere halten in A2, ist ja hier, natürlich, hier wollen wir ja noch warten, bis es in die dritte Phase kommt, man will ja einen dicken Profit mitnehmen. Verkaufen in den Phasen A3 und B1, hier sollte man verkaufen, am Peak, wie gesagt, wird ja wohl nicht möglich sein, aber man muss es halt mal erkennen, das kann man erkennen, das wirst du auch erkennen, wenn jeder einschneiden wird und jeder kauft und es so euphorisch ist und die Kurse einfach mit der Realität nichts mehr am Hut haben. Dann abwarten und Bargeld halten in B2, logisch, man weiß ja nicht, hier sollte man abwarten, man weiß ja natürlich nicht, wann das mal ganz nach unten geht, aber irgendwas muss ja Positives kommen, damit es ja mal so eine Unterstützungslinie gibt. Ja, auf diese Signale sollte man achten und natürlich mit dem Bargeld dann zuschlagen. Das Ei des Kostolanis habe ich jetzt sehr schön erklärt, ich hoffe, es hat dir was bringen können, falls du Fragen hast, einfach in die Beschreibung rein. Anhand des Corona-Crash, aktueller Crash war das 2020, der Bärenmarkt war dann 2022. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und wie du siehst, ob es jetzt 87 war oder 2020, es ändert sich einfach nichts, was die Aufwärts- und die Abwärtsbewegung angeht. Ich sage herzlichen Dank, danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist, falls dir das gefallen hat, dieses Video und du nichts mehr verpassen möchtest, gib was zurück, gib einen Daumen nach oben, abonniere diesen Channel und wir sehen uns wieder im nächsten Video auf mehr Wissen, mehr Profit. Und dann, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist,